Musik So, jetzt sind wir hier in meinem Schlachthaus Hier haben wir ein Schaf Und ich schlachte selber Weil ich sehr auf meine Ernährung achte Und den Supermarktketten nicht traue Und wenn ich dann geschlachtet habe Und habe das ganze Vieh ausgenommen Dann gibt es natürlich danach Wie kann es anders sein Ein Schluck Listerine Guter Atem Gutes Fleisch Und die gute Ernährung Das alles passt Eure Wisterinemann Bis zum nächsten Mal.